Frau Gawitz, ich habe Sie vorhin zitiert, ich bin das Gesicht zur aktuellen Baukrise, haben Sie neulich den Kollegen vom Spiegel, glaube ich, gesagt. Und das fühlt sich nicht gut an. Fühlt sich nicht gut an oder ist auch ungerechtfertigt? Also das war eine lange Forderung der Immobilien und Wohnungs- und Bauwirtschaft, dass es wieder ein eigenes Bauministerium gibt, weil wir in der Tat in den letzten Jahren einen großen Reformstau hatten bei der Frage Digitalisierung, Vorfertigung, Abbau von vielen, vielen Sachen, die unsere Planungsprozesse ganz zäh und lange und damit auch teuer machen. Und wir haben dieses Ministerium gegründet eigentlich auf einer Hochphase der Baukonjunktur. Und die ist dann je natürlich mit dem 24. Februar quasi abrupt beendet. Zum einen natürlich wegen Lieferschwierigkeiten aufgrund der Sanktionen, aber noch viel dramatischer natürlich wegen der Zinsen. Und diese Zinsen, die ja so niedrig waren in den letzten Jahren, haben ganz viel Reformstau überdeckt, weil man sich dann halt das auch noch leisten konnte, wenn es 100.000 Euro teurer geworden ist, weil die Kapitalkosten so niedrig sind. Und jetzt haben wir den Reformstau und große Kapitalkosten und das führt jetzt zum Einbruch auch der Bauantragszahlen und das Justament in dem Moment, wo die Bundesregierung nach langer, langer Zeit wieder ein Bauministerium hat. Einbruch heißt was? Also wir haben einen deutlichen Rückgang der Bauantragszahlen. In Prozent oder in absoluten Zahlen? Es geht schon in Richtung minus 20, minus 25 Prozent. Das ist alles sehr schwer einzuschätzen, was das dann in den Fertigungsstellungszahlen heißt, weil wir haben gleichzeitig einen Bauüberhang, also genehmigte Bauten von über 800.000. Das heißt, wir haben schon noch genug Planungsreserve. Wir haben genehmigte Bauten und die werden nicht gebaut? Doch, aber es gab in den letzten Jahren natürlich eine extrem hohe Auslastung der Bauwirtschaft. Das hat ja jeder gemerkt, der privat mal versucht hat, einen Handwerker zu kriegen. Das heißt, wir hatten Materiallieferschwierigkeiten und wir hatten Schwierigkeiten mit dem Baufortschritt. Das heißt, es wurde immer länger die Bauzeiten. Und deswegen hat sich quasi in dieser Phase, wo ganz viele einen Bauantrag gestellt haben, so ein richtig großer Berg angehäuft von großen Bauüberhängen. Allerdings jetzt die Zahlen sind sehr, sehr dramatisch und wir beobachten das intensiv, weil die Auslastung ist jetzt natürlich noch hoch. Aber wenn das weiter so geht, droht natürlich auch da das, was ich auf gar keinen will, nämlich das Firmen anfangen, Kapazitäten abzubauen. Das wäre ganz dramatisch, weil das hat man in der Gastro-Szene gesehen. Mitarbeiter, die erst mal weg sind, die kommen auch nicht wieder. Das heißt, hier muss auch durch staatliche Unterstützung dann auch Nachfrage generiert werden. Wie? Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Programm gestartet für 500 Millionen Junges Wohnen. Das heißt Ausbildungs- und Studentenwohnheime. Das ist das größte Programm dieser Art seit der Wiedervereinigung. Und wir haben 14,5 Milliarden in den sozialen Wohnungsbau gesteckt. Der war ja fast in Vergessenheit geraten, war nur noch eine ganz kleine Nische. Und das ist natürlich jetzt auch in dieser Situation eine Stabilisierung für die Wohnungswirtschaft. Und wir haben ein Programm klimafreundlicher Neubau, allerdings auch mit sehr viel Holzbau, muss ich gestehen, finde ich auch richtig, wo wir dann auch noch mal eine Zinssubvention machen. Und im Sommer startet auch ein Programm für junge Familien, die sich ein Haus bauen wollen. Ganz kurz mal die Dimension. Olaf Scholz, wir haben das Plakat da gerade gesehen, war der Kanzler, der sozusagen, das war eines der ganz zentralen Wahlversprechen. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Kanzler für bezahlbares Wohnen. Sie weisen zu Recht auf den 24. Februar hin, auf den Angriff auf die Ukraine. Nichtsdestoweniger hatten wir auch zu dem Zeitpunkt schon massiv das Thema, wir haben gar nicht die Leute, die das bauen können. Wo stehen wir heute? Wie viele Wohnungen haben wir im vergangenen Jahr gebaut? Sie waren sich eben nicht so sicher. Die Baufertigstellungsstatistik kommt immer im Mai. Das heißt, in einem Monat können wir darüber reden, wie viel wir fertig haben. Aber Sie wissen das, Frau Gawitz, Sie sind doch uns weit voraus. Letzte Woche hatte ich den Besuch der Chefin des Statistikamtes des Bundes. Die weiß es selber noch nicht, weil die Meldungen aus den Ländern kommen immer erst am Ende April und dann wird die Gesamtstatistik generiert. Tendenz, Idee? Ja, es gibt ganz viel Spekulationen. Wir hatten uns vorhin unterhalten, Sie haben in Ulm so viel fertiggestellt wie lange nicht mehr. Gleichzeitig sind natürlich auch jetzt die Bremsspuren zu sehen. Das heißt, das kann sein, dass wir in etwa das Niveau vom Vorjahr erreicht haben. Aber im Vorjahr waren es 291.000, das war 2021. Das letzte Jahr der... Also keine 300.000. Knapp 300.000. Irgendwie so. Das ist aber das große Ziel sind ja die 400.000. Genau. Und wie viel bräuchten wir, Frau Gawitz, um das einmal mal in den richtigen Kontext zu stellen? Na sicherlich aufgrund der Tatsache, dass ja viele Menschen aus der Ukraine auch noch zu uns gekommen sind, sind das mehr als die 400.000. Und es merken ja viele... 500? 600? Da gibt es jetzt unterschiedliche Zahlen. Es ist ja auch egal, ob es nur 100.000 oder 200.000 oder 300.000. Wir müssen die Kapazitäten ausweiten, weil die 300.000, die wir jetzt schaffen, wenn alles super läuft, sind auf jeden Fall zu wenig. Und ein Punkt, gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel, ist natürlich serieller Wohnungsbau. Und das habe ich gleich von Anfang an gesagt, dass wir das brauchen werden. Da habe ich als Ostpolitikerin gleich immer diese Marzahn-Hellersdorf-Fotos in meine Interviews gekriegt. Mittlerweile passiert extrem viel. Ich war jetzt in München auf der Baumesse. Also modulares Bauen, serielles Bauen nimmt Fahrt auf. Und das ist die Grundlage, damit wir überhaupt wieder so viel bauen können wie früher. Aber zu wenig. Frau Löhr, können Sie lösen, wie viele Wohnungen brauchen wir ungefähr? Ich habe vorhin die 700.000 zitiert. Das ist eine Zahl. Genau, das ist quasi die 700.000 ist das, was Stand Anfang des Jahres gesamt fehlt. Das heißt, wir haben meine Lücke. Das, was sich über die Jahre aufgestaut hat. Also wenn wir 700.000 Wohnungen zusätzlich hätten, sagen mehrere Wohnungsverbände, dann wäre das Problem halbwegs gelöst. Was das letzte Jahr angeht, gibt es bislang tatsächlich nur die Schätzungen von den Bauverbänden. Denn da sind die optimistischen so bei 280.000, die nicht mehr ganz so optimistischen bei 250.000. Aber quasi das letzte Jahr, was da gebaut wurde, das wurde ja drei, vier Jahre vorher angestoßen. Also noch zu einer guten Zeit. Das ganze Ausmaß werden wir erst in zwei, drei Jahren sehen. Die Krise, über die wir jetzt reden, die werden wir tatsächlich erst in zwei, drei Jahren sehen. Wenn nämlich dann all die Projekte, die jetzt gestoppt werden, für die es zwar auch schon Genehmigungen gibt, aber die eben einfach nicht mehr gebaut werden, wenn die dann auf dem Wohnungsmarkt fehlen. Und da gibt es eben auch Umfragen, also zum Beispiel vom Gesamtverband der Wohnungswirtschaft. Die haben ermittelt, dass jede dritte Wohnung, die eigentlich jetzt fertiggestellt werden sollte, also die eine Genehmigung hat, wo schon Planungen gelaufen sind, wo auch schon jemand Geld reingesteckt hat, nicht mehr gebaut wird, einfach weil das von der Umsetzung her so unglaublich teuer geworden ist. Zu teuer? Genau. Inflation, Baukosten, Zinsen, alles zu teuer. Nehmen Sie auch so wahr? Also ich kann das sicher nicht für die Bundesrepublik sagen, aber für die Stadt Ulm ist das ganz eindeutig. Also wir werden dieses Jahr, wir haben es eben im Vorgespräch diskutiert, wir werden die höchsten Fertigstellungszahlen haben seit langem, aber das sind nicht die Erfolge von jetzt. Heißt nicht, und versetzen Sie es mal in Relation. Das sind eine Größenordnung von 800 Wohnungen pro Jahr. Wir hatten uns 700 vorgenommen vor, ich glaube, sieben Jahren. Das heißt, Sie sind eben im Soll, ja? Für dieses Jahr, ja, aber das ist eben das Problem beim Wohnungsbau, dass man entscheidet, etwas hochzufahren, dann hat man die Erfolge vier Jahre später, fünf Jahre später, weil man die Verfahren braucht und dann das Bauen erledigt werden muss. Und das, was Frau Löhr jetzt gerade gesagt hat, ist das Problem, dass das, was wir jetzt wahrnehmen, das merken wir in drei, vier Jahren. Weil wir haben, und da sind auch die Bauanträge und die Baugenehmigungen, die sind bei uns gar nicht so wahnsinnig zurückgegangen. Ja, wir reden über zwischen fünf und zehn Prozent. Aber die Projekte werden nicht angefangen. Also wir merken, dass ganz viele, viele Vorhabenträger warten. Das kann sein, dass die in zwei Jahren anfangen. Das kann sein, dass die in einem Jahr anfangen oder in drei Jahren. Aber Sie sagen, im derzeitigen Zeitpunkt, wo es eine Riesenunsicherheit gibt über die Frage, und das ist schon auch ein Thema, was uns beschäftigt, diese wechselnden Förderrahmenbedingungen. Es gab dieses Thema, dass man nach relativ kurzer Zeit dann bei der KfW keine Kredite mehr gekriegt hat. Man musste sehr früh, sehr schnell anrufen, damit man überhaupt noch eine Chance hatte, was zu bekommen. Und Unsicherheit ist sicher das größte Gift, was man hat in einer Unternehmung, die auf mehrere Jahre angelegt ist. Weil jeder, der sich einlässt auf Bauen, der macht erst mal drei, vier Jahre, geht er in Vorleistung, bevor er irgendwas daraus an Rendite oder Refinanzierung ziehen kann. Und da sehe ich tatsächlich die große, große Dramatik, dass wir in eine Situation reinlaufen, wo wir in drei, vier Jahren ernten, was wir jetzt nicht gesät haben und dann wirklich eine soziale Schieflage bekommen. Gerade in den Städten, die eine große Nachfrage haben. Die auch nicht dadurch zu lösen ist, dass die Leute ins Umland ziehen. Weil das zieht ganz andere Schwierigkeiten, Mobilitätsfragen und so weiter nach sich. Aber die Lage ist, ich habe das vorhin gesagt, Frau Geiwitz offenbar so verzweifelt, dass Sie sagen, Mensch, dann zieht doch mal raus aufs Land. Also ich komme ja aus Wangenburg, Herr Land. Ich kann Ihnen verwarten, es gibt sogar Menschen, die wohnen sehr, sehr gerne auf dem Land. Ich weiß, ich gehöre dazu. Und die sind in die Stadt gezogen, weil sie keine Arbeit gefunden haben. Und durch Homeoffice-Regelungen zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass man ganz andere Pendlerstrecken mit dem sehr verdienstvollen Ticket, dem Deutschland-Ticket, auch natürlich zu einem sehr überschaubaren Preis, 50 Euro im Monat Logistikkosten zur Arbeit. Das ist viel weniger, als manche jetzt in den letzten Jahren bezahlt haben für ihr Zugticket. Und ich war jetzt vor kurzem in Baden-Württemberg in Oberreichenbach. Da haben die ganz viel ländliche Struktur. Und die jungen Menschen, die würden da gerne wohnen bleiben. Aber es gibt nur Einfamilienhäuser, kaum Mietwohnungen. Und wenn man bei seinen Eltern aus dem Kinderhaus aussieht, will man ja nicht gleich ein Einfamilienhaus gründen. Und die haben jetzt zum Beispiel mit Unterstützung des Staates das alte Gemeindehaus umgebaut. Da kommen jetzt Jugendwohnungen rein. Das ist auch eine Möglichkeit, dass Menschen da, wo sie aufgewachsen sind, wohnen bleiben können. Frau Löhr hat viele Leute sehr verärgert. Der Kanzler hat auch darüber nachgedacht. Das weiß ich nicht. So habe ich zumindest im Kopf. Er erwähnt jetzt immer gerne die 1,7 Mio. leerstehenden Wohnungen, die es in Deutschland gibt, was ja auch tatsächlich so ist. Also gerade eben in sehr ländlichen Regionen gibt es unglaublich viel Leerstand. Also wir haben nicht, als Deutschland insgesamt haben wir keinen Wohnraummangel, sondern der Wohnraum fehlt da, wo die meisten Menschen sind. Und klar gibt es immer wieder Gruppen, die gerne auf dem Land wohnen, die dort geboren sind, die dort bleiben wollen oder die auch da hinziehen wollen. Aber Fakt ist halt auch, ich meine, 77% der Bevölkerung lebt in Ballungszentren. Die meisten Jobs sind da. Also der Druck auf die Städte wird immer größer werden. Und auch je mehr Zuwanderer zu uns kommen, auch die werden ja in die Städte oder in die Ballungszentren gehen, eben wo die Jobs sind. Also das ist, das wird man jetzt nicht lösen können, indem man den Wohnraum so ein bisschen anders verteilt und sagt, na komm, dann geht doch ein bisschen raus. Und das mit dem 49-Euro-Ticket ist ganz super. Sondern, also Sie sind Bauministerin. Und ich glaube, die Leute erwarten, dass sie jetzt tatsächlich dann auch dort, zumindest, sie können ja nicht selber bauen, aber halt anstoßen, dass dort gebaut wird, wo die Nachfrage am größten ist. Und das ist eben in den Ballungszentren. Und mein Eindruck ist, dass sich da gerade sehr viel Frust im Land auch aufstaut. Also weil das Problem eben jetzt unter der Ampelkoalition nicht kleiner, sondern immer größer wird. Also das ist schon, glaube ich, eine gefährliche Entwicklung, auch mit Blick auf den nächsten Wahlkampf, der ja dann 20... Also ich glaube wirklich, dass man beides tun muss. Man muss natürlich in den Innenstädten nachverdichten. Zum Beispiel oben aufs Dach nochmal 3, 4 Etagen in die Innenhöfe gehen. Ich bin jetzt mal gespannt, was mit dem Tempelhofer Feld in Berlin passiert. Aber wir müssen, glaube ich... Drei, vier Etagen oben drauf? Ja, genau. Das verändert dann ja sozusagen das Bild unserer Städte vollkommen, wenn wir das machen. Ja, also ich glaube, das ist, wenn man sich anguckt, wie die Grundstückspreise heutzutage gestiegen sind, dann ist das einer der wesentlichen Faktoren, wenn Sie eine neue Wohnung bauen, ist die Frage, wie viel zahle ich für das Grundstück? So, und natürlich braucht auch Urbanität eine gewisse Höhe. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man aus einem 5-etagigen Haus dann ein 6-, 7- oder 8-stöckiges macht. Ich habe mir das in Frankfurt jetzt angeguckt. In der Platensiedlung in Berlin gibt es ganz viele. Also das ist sozusagen aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Nutzung, weil wir müssen natürlich auch Flächen sparen. Wenn Sie sagen, wir wollen den Wald Wald sein lassen, wenn wir die erneuerbaren Energien ausbauen und wenn wir anderes tun, wofür wir Flächen brauchen, müssen wir beim Neubau Fläche sparen. Gleichzeitig müssen wir den Bestand, der da ist, auch nutzen. Das heißt, wir müssen nicht mehr gebrauchte Büroflächen zur Wohnung bauen. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man durch einen guten Ausbau des SBNV, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie schnell man in Zukunft von Ulm in Stuttgart sein wird, wenn man durch einen guten Ausbau der Schieneninfrastruktur, auch andersrum natürlich auch, es schafft, dass Orte attraktiv werden, wo Wohnungen leer stehen, ob das nur in Coburg ist oder in Chemnitz, das sind ja attraktive Städte. Ich sage ja nicht, alle Menschen müssen in ein kleines Dorf, wo es nur eine einzige Bushaltestelle gibt. Das unterstelle ich Ihnen auch gar nicht. Ich beobachte nur, dass es eine Verschiebung in dem Wording der Bundesregierung gibt, dass es nämlich eben nicht mehr so sehr davon die Rede ist, dass 400.000 Wohnungen entstehen sollen, sondern dass jetzt weniger über Neubau geredet wird, sondern recht viel über die Verteilung des vorhandenen Wohnraums und wie man das besser hinbekommt. Ich glaube, wir haben so einen riesigen Zubaubedarf. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die 400.000 eine vereistete Zahl sind. Und das heißt, wir müssen mit Blick auf den Klimaschutz und die Ressourcenschonung und die Baukapazitäten, die begrenzt sind, müssen wir alle Potenziale heben. Das heißt, das, was schon da ist und nicht genutzt wird, müssen wir attraktiver machen. Das, was umgebaut werden kann, muss in Deutschland leichter umgebaut werden. Und natürlich gehört dazu Aufstockung und der Wegfall von so starren Regeln wie Stellplatzsatzungen und anderes, damit wir überhaupt es schaffen. Was heißt das? Ganz kurz, das ist ja eine Rakete nach der anderen. Kommt so nebenbei. Aber in der Konsequenz heißt das ja richtig was. Ich würde gerne zwei Sätze noch zu der Dramatik sagen, die im letzten Jahr bei uns passiert ist. Weil wir reden über ländliches Bauen und so weiter. Aber das Bauen dort ist ja nicht viel günstiger. Die Grundstückspreise sind günstiger. Aber das, was einfach, wenn man das kurz beschreibt, was in dem letzten Jahr in Ulm passiert ist, unsere Wohnungsbaugesellschaft, die sehr stark ist, die sehr, sehr gute Projekte macht und mit der wir sehr viel arbeiten, weil wir wissen, dass sie sehr langfristig auch bezahlbares Wohnen anbietet, hat vor... Das ist Ulm, ne? Übrigens hinter Ihnen, ne? Das ist Ulm, ne? Echt? Genau. Hätte ich nicht wiedererkannt. Sehr schön da. Diese Wohnungsbaugesellschaft hat vor zwei Jahren Projekte begonnen mit einer Zielmiete von 12 Euro, frei finanziert. Das ist eine Miete, die ist für viele Großstädte ein Traum und hervorragend und ich glaube, weit weg von Problematik. Wenn sie genau die gleichen Projekte jetzt beginnt, rechnet sie mit einer Zielmiete von 16 bis 17 Euro. Das ist vielleicht für München und Frankfurt und Stuttgart auch noch eine gute Miete. Für Ulm ist es eine praktisch nicht an den Markt bezahlbar. Oder bezahlbar vielleicht schon für einige, aber nicht an den Markt zu bringen. Aber Sie brauchen diese Miete, weil der Bauträger sonst auch gar nicht bereit wäre zu bauen. Weil sich das schlicht und erhaltlich nicht lohnt. Mit einer überschaubaren Eigenkapitalrendite, ohne Gewinn, also wird nichts ausgezahlt an die Stadtmutter. Das heißt, wenn da noch ein Bauträger dazwischen wäre, anders als jetzt bei Ihnen wohl, vergiss es. Dann ist es eben noch mehr. Dann ist es 20. Aber ich will nur den Unterschied beschreiben, der im letzten Jahr passiert ist, durch die Veränderung der Zinsen und der Baupreise. Wir haben quasi ein Viertel der Miete einfach nur in einem Jahr nach oben bekommen, durch die Veränderung der Rahmenbedingungen, die im letzten Jahr passiert sind. Und das glaube ich, und da sind, wenn wir über Genossenschaften oder andere sprechen, die ja alle sehr an den Gestehungskosten orientiert sind, wenn die in ihre Mitgliederversammlung kommen und sagen, letztes Jahr haben wir ein Projekt starten wollen für 12 Euro, jetzt brauchen wir 17 Euro Miete, dann fliegen die raus. Dieses Projekt wird nicht gebaut. Und das ist wirklich, ich glaube, das ist eine Dramatik, um die wir uns kümmern müssen. Und die wird auch mit Geld zu tun haben. Also die wird nicht anders lösbar sein, als dass man in diesem Segment bauen, durch diese ganz, ganz schnelle disruptive Veränderung des letzten Jahres, auf das sich die Bauwirtschaft nicht einstellen kann. Dass man dort reagieren muss. Das heißt, man wird das subventionieren müssen, Michael? Da wird man mit Sicherheit auch drüber nachdenken müssen. Langfristig hat sich Bauwirtschaft immer ausgependelt. Wir hatten schon mal Zinsen von 8 oder 10%. Da ist auch gebaut worden. Das waren aber übrigens Zeiten, als Kreditzinsvergünstigte Kredite für 0,5% vergeben worden sind. Als die Kreditzinsen bei 8% waren in den 70er-Jahren, hat man für 0,5% staatliches Geld für das Bauen von geförderten Wohnungen dann Laufzeiten über 60 Jahre bekommen. Ich glaube, dass wir das wieder brauchen. Das ist ein ganz zentraler Hebel, damit überhaupt jemand jetzt in den Wohnungsbau geht. Weil das macht keiner. Es gibt keinen, der investiert. Es gibt keinen, der sich einigermaßen reflektiert. Finanzierung erwartet. Sind das Dinge, über die Sie nachdenken? Ja, wir müssen beides tun. Das eine ist, dass wir fördern, dass sozialer Wohnungsbau, diese 14,5 Mrd., die jetzt von den Ländern deutlich aufgestockt werden. Und die Länder haben ihre Konditionen für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus extrem verbessert. Das andere ist, wir haben ein Förderprogramm klimafreundlicher Neubau mit genau diesem Punkt, nämlich einer Zinsverbilligung. Da haben ganz viele aus der Branche gesagt, Frau Geibels, das ist alles so klimafreundlich und ambitioniert. Das Geld nimmt Ihnen keiner ab. Das Gegenteil ist der Fall. Das läuft wie geschnitten Brot. Und wir diskutieren jetzt gerade, dass wir das so ausstatten, dass wir das bis zum Ende des Jahres auch genau auf dem Niveau vorziehen können. Im Sommer startet das Programm für Familien, die sich ein Haus bauen wollen. Aber noch mal, das alles überdeckt natürlich und kuppert ein bisschen ab, dass wir einen Riesenreformstau haben. Weil was wir nicht machen können, ist ja so ein allgemeiner Baukostenzuschuss für 300.000, 400.000, 500.000 Wohnungen in Deutschland. Das kann der Staat niemals bezahlen. Und deswegen müssen wir anders bauen, preiswerter bauen. Und das sind ganz, ganz viele Sachen, die gemacht werden müssen. Digitalisierung, Bauanträge machen wir dieses Jahr. Serielle Vorfertigung, modulares Bauen. Das waren die großen Trends auch jetzt in München. Weil das natürlich bei den Preisen heutzutage für die ganzen Fachleute, die man am Bau braucht, eine Möglichkeit ist, um Skaleneffekte zu bekommen. Und das dann auch wieder kalkulierbarer und bezahlbarer zu machen. Also es gibt eine ARGE-Studie, Verbände, Bündnis, Wohnungsbau. Die fordern für den sozialen Wohnungsbau bis 25, mindestens 50 Milliarden Euro an Fördermitteln. Ja, also die 14,5 vom Bund werden ja ergänzt durch die Länder. In der Vergangenheit war das immer so, dass ein Euro des Bundes anderthalb Euro der Länder freigesetzt hat. Das wären wir dann, wären wir schon bei über 30 Milliarden. Und wir haben uns das natürlich angeguckt. Jedes Jahr gibt der Bund eine halbe Milliarde Euro mehr an die Länder für den Wohnungsbau. Und die müssen natürlich die Kofinanzierung einstellen können. Das heißt, sie können nicht in so sprunghaften Sachen einen Bereich, der fast zum Erliegen gekommen war, nämlich den sozialen Wohnungsbau, hochfahren, indem sie einfach sagen, gestern gab es nichts und heute kriegst du 20 Milliarden. Sondern wir machen das mit einer langfristigen Perspektive bis 26. Dann anschließend 3,5 Milliarden jedes Jahr in Richtung der Länder für sozialen Wohnungsbau. Aber die Rechnung ist ja relativ banal, wenn wir es bisher geschafft haben, mit den Förderprogrammen von, ich sage jetzt, ich will mal Beispiel, 12 Euro auf 8 Euro runterzufördern. Und jetzt haben wir eine Zielmiete von 17 Euro, haben die gleiche Förderung, wollen aber nachher wieder die 8 Euro geförderte Miete haben. Das geht nicht auf. Das heißt, da fehlt ein ganz, ganz relevanter Betrag, wenn wir weiterhin die Miete von 8 Euro als geförderte Miete, Zielmiete oder 7 Euro. Aber wir haben noch die Förderung deutlich erhöht. Das, was wir nicht mehr machen, ist Menschen eine Förderung des Staates zu geben, die dann anschließend nicht auf 8 Euro runter subventionieren, sondern sich freuen und das weiter als Eigentumswohnung verkaufen. Aber dabei fällt dann auch die Mittelschicht hinten runter, der Wohnraum für die Mittelschicht. Also wenn Sie, was ja heute üblich ist bei einem Neubauprojekt, nicht nur 30% Sozialwohnungen vorschreiben, sondern 40% oder zum Teil 50%, dann haben Sie ja 50% Wohnungen zu 6,50 Euro oder 6,80 Euro oder 8 Euro vielleicht. Aber die anderen Wohnungen müssen ja dann umso teurer werden, um das quasi quer subventionieren. Und da fällt dann, also die werden dann für 20 Euro oder 25 Euro angeboten. Und da fällt für die Mittelschicht, fällt da überhaupt nichts mehr ab. Die ohnehin enorm unter Druck ist, diese Mittelschicht. Ja, klar. Wegen Mittelschicht, also wenn man sich zum Beispiel Hamburg anguckt, in Hamburg sind 50% der Bevölkerung berechtigt, so einen Wohnberechtigungsschein zu haben. In Schleswig-Holstein haben Sie jetzt einen zweiten Förderweg aufgemacht, bis zu 11 Euro Miete, auch in einem sehr großzügigen Einkommensrahmen. Das sind Gestaltungsmöglichkeiten. Aber was wir natürlich nicht mehr machen können mit der Gießkanne, jedem, der ein Haus baut und sei es ein hochpreisiges Apartment in Berlin-Mitte, auch noch Steuergelder zu geben. Im letzten Jahr, bevor dann Robert Habeck diese Förderung gestoppt hat, KfW 55, sind 300.000 Wohnungen von der KfW gefördert worden. 300.000. Das heißt, die komplette Jahresproduktion des Vorjahres hat einen staatlichen Zuschuss in erheblicher Höhe bekommen. Das ist ein allgemeiner Baukostenzuschuss. Das ist wahr. Verstehe ich, dass die Bauindustrie das super fand. Aber das kann sich eine Volkswirtschaft von unserer Größe nicht dauerhaft leisten. Und es hat auch sämtlichen Reformbedarf weggepuffert. Wir haben nicht in Digitalisierung investiert. Wir haben nicht in Vorproduktion investiert. Wir haben nicht gefragt, sind denn unsere Ausgleiche und Ersatzmaßnahmen überhaupt noch so zeitgemäß organisiert, dass das sinnvoll ist. Und wir haben auch nicht geguckt, ob die Bauvorschriften, die das Deutsche Institut für Normung machen, nicht nur schön, sondern vielleicht auch zu teuer sind. Und da mal einen Kostenrahmen gesetzt. Das alles müssen wir machen. Das ist extrem viel Arbeit. Aber das einfach mit ein paar Milliarden zuzukleistern und zu sagen, wir ändern nichts und subventionieren es runter, das würde nicht gehen. Das ist extrem viel Arbeit.